Hallo ihr Lieben, ich bin es wieder, die Petra auf MyCoutube. Ich fühle mich heute ganz anders als sonst, so leichtgläubig, so beschwingt. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Ich bin ja nicht meine Jüngste und habe immerhin schon sieben Kälber zur Welt gebracht. Aber wisst ihr, worauf ich heute mal so richtig Lust hätte? Ich will es euch verraten. Auf einen jungen, schönen und gut gebauten, knackigen Bullen. Aber daran mangelt es ja hier leider bei uns. Ich will mich jetzt mal bei den anderen Ladies umgucken. Vielleicht hat die eine oder andere Lust, sich mit mir rumzutummeln, anzuschmiegen, zu beschnüffeln oder sich gegenseitig zu bespringen. Bei mir jedenfalls steht der Eisprung an und das bringt mich so richtig in Wallung. Musik Untertitelung des ZDF, 2020